Die ist hier als Denkmal. Grüezi miteinander. Ich bin in der Schwierz bei der Firma Tockeburger Hildebrand Kies AG. Hier steht ein altes Schätzchen, eine Caterpillar Trucks mit einer Ammann-Schaufel-Einrichtung. Die ist hier als Denkmal ausgestellt. Die Flugzeuge vom Zürcher Flughafen sind ein bisschen laut. Die Flugzeuge kochen. Ich kann es gleich zurückhaben. Sie sind hier als Zürcher, die die Flücher brauchen. Die Flücher ist hinterher in der Plücher runniert, die Flücher vernikert. Das war ein paar Städte in der Flücher. Dazu ist heute noch Feiertag, Christi Himmel fährt. Da fährt natürlich Fahrräder, Motorräder, alles mögliche durch die Gegend, aber sehr gesittet. Anders wie vielleicht bei mir in Deutschland. So ein kleiner Blick in den Motor. Der komfortable Führersitzstand, Hebelei. Bin leider nicht so groß. Und da würde ich mal sagen, die Ketten sind schon ein bisschen abgefahren. Haben nicht mehr so viel Profil drauf. Ja, kommt nicht mehr durch den TÜV. So, ein ganz kleiner Einblick vom Schätzchen bei der Firma Toggenburger in Glattfelden in der Schwierz. So, ein kleiner Einblick vom Schätzchen bei der Firma Toggenburger in Glattfelden in Glattfelden in Glattfelden. Vielen Dank.